Ja Leute, heute geht es um etwas ganz Besonderes und zwar um ein großes Rätsel, was wahrscheinlich nicht mal du beantworten kannst. Und hierbei geht es eigentlich um das GOAT-Format und... Nein, 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 bevor du abschattest, wir reden heute nicht über GOAT, welche Decks und blibblablub. Nein, es geht darum, welche Karten werden eigentlich im GOAT-Format gespielt. Die Frage klingt jetzt erstmal ein bisschen ironisch, denn GOAT-Format wird ja schon ziemlich lange gespielt. Und man weiß doch ganz genau, welche Karten da drin sind. Ich meine, es gibt Turniere mit Decklisten und ist doch irgendwie logisch, ne? Ja, ganz so logisch ist das Ganze nicht, denn es gibt eine Karte, um genau zu sagen, diese hier. Ja, Universum ist eine Karte, die immer wieder für fragende Fragen sorgt, denn ja, gehört die Karte jetzt dazu oder nicht? Ja, und diese Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten und genau deshalb gucken wir uns das Ganze heute eben mal in Ruhe an. Doch bevor wir natürlich sagen können, ob die Karte dazu gehört oder nicht, müssen wir uns erstmal angucken, welche Karten gehören dann überhaupt offiziell eben zum GOAT-Format dazu. Man ist sich auf jeden Fall sehr einig, dass ab Cybernetic Revolution eben GOAT-Format nicht mehr GOAT ist. Das liegt einfach daran, dass eben in Cybernetic Revolution sehr starke Karten drin waren, wie eben zum Beispiel der Cyberdrager und der einfach eben das komplette Format geschiftet hat. Und damit sagt man, ab eben diesem Set ist GOAT nicht mehr GOAT. Und damit ist das ja ziemlich eindeutig, welche Karten dazu gehören oder nicht. Cybernetic Revolution selber kam am 15.08.2005 raus, jedoch gibt es da eine Besonderheit, denn dieses Datum ist nicht das Datum, wo offiziell das GOAT-Format vorbei war. Denn für große Events war es so in der Vergangenheit, dass man eben ein Datum hatte, ab wann dieses Set legal war. Dieses Datum wurde vorher festgelegt und bei diesem Set war es so, dass das Ganze am 1.09. jetzt offiziell erlaubt war, obwohl das Set eben schon am 15. zu kaufen war. Bedeutet also, dass wir eben ab dem 1.09. ein klares Datum haben, ab wann man eben die Karten spielen durfte und ab da ist eben offiziell das GOAT-Format vorbei. Also, so weit, so gut. Jedoch habe ich ja gesagt, dass das Ganze auf große Events los ist. Denn auf Locals war es so, wenn ein Set rauskam, durftest du das eben schon bereits spielen. Bedeutet also, auf der Locals konnte man ab dem 15. eben schon die neuen Karten spielen. Aber auf große Events wie zum Beispiel Regionals oder June Jump Championship, was das Padort zu der heutigen YCS ist oder ähnliches, durfte man eben die Karten nicht spielen. Bedeutet also, es gab auf den Locals ab dem 15.08. kein GOAT mehr und auf große Events ab dem 1.09. kein GOAT-Format mehr. Jo, dann ist jetzt ja noch die Frage zu stellen, wann kam denn Universum raus und das Mysterium ist gelöst. Oder? Naja, ganz so leicht ist das nicht. Zunächst einmal, wann kam Universum überhaupt raus? Universum erschien als Promokarte in der TIN, um genau zu sagen, in den Collectibles TIN, die 2005 am 1.09. rausgekommen sind. Ja, 1.09. ist ja ganz klar, ist eben nicht mehr GOAT-Format, also gehört nicht mehr dazu. Fertig, das war das Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, nein, natürlich Spaß, sonst würde ich kein Video dazu machen, denn das Ganze ist viel komplizierter, als man eigentlich sich vorstellen könnte. Denn es stimmt zwar, dass eben bei Sets ein Datum genannt wird, wann diese Karte legal ist, jedoch galt das für Promokarten nicht. Bedeutet also, bei Promokarten gab es eben eine andere Regelung. Denn bei Promokarten gab es die Regel, wenn du die Karte besaßt, durftest du sie spielen. Also, sie ist legal ab dem Zeitpunkt, wo du sie in der Hand hältst. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, okay, ist ja eine interessante Regel, aber das Set kam am 1.09. raus, also gehört sie ja nicht zum GOAT-Format. Ja, denkst du? Denn natürlich gab es wieder ein paar Läden, die die Produkte früher hatten, also die Tints einfach eine Woche oder ähnliches früher hatten. Bedeutet, wenn jemand eben das Set früher im Laden hatte, als das Offiziell Release Datum, konntest du die Karte eben bereits spielen, obwohl sie offiziell noch nicht erschienen war. Ja, damit ist die Frage, ob Universum dazu gehört, ja auch ganz einfach. Denn da man die Karte ja vor dem 1.09. bekommen konnte, gehört sie quasi noch ins GOAT-Format und fertig. Das Video ist fertig, Universum gehört ganz klar zum GOAT-Format. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Nein, auch das ist noch nicht ganz richtig. Denn auch hier gibt es wieder einige Sachen, die man bedenken sollte. Denn es stimmt zwar, dass man Universum Theorie spielen konnte auf ein Event, ohne dass Cyberdrachen auf diesem Event erlaubt war. Bedeutet also eben, dass es zum GOAT-Format dazu gehören würde. Jedoch sage ich die ganze Zeit Würde hätte können, denn in diesem Zeitraum gab es kein Groß-Event. Bedeutet also, es gab kein Event, wo das überhaupt hätte passieren können, dass im Universum im GOAT-Format hätte gespielt werden können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ihr merkt, es ist sehr viel Hätte, Würde, Kennen. Bedeutet also, es gab eben kein Event, wo Universum offiziell legal war. Bedeutet also, ihr gehört eben nicht ins GOAT-Format dazu. Aber du sagst die ganze Zeit was von Großturnieren. Auf Locals durftest du das Universum ja legal offiziell spielen. Und da es offiziell legal war, gehört sie auch offiziell zum GOAT-Format dazu. Klingt erstmal wie eine ziemlich sinnvolle These, jedoch will ich das Ganze mal eben genauer beleuchten. Es stimmt zwar wirklich, dass du eben die Karte auf den Locals spielen durftest, jedoch vergessen wir die Informationen, die am Anfang eben genannt wurden. Denn ab dem 15.8. konnte man eben bereits Cybernetic Revolution ebenfalls auf Locals spielen. Bedeutet also, wenn wir argumentieren, dass Universum auf Locals gespielt wurde und damit dazugehört, müsste genauso Cybernetic Revolution dazugehören. Bedeutet also, du kannst gerne im GOAT-Format den Universum spielen, musst dann aber auch Cyberdrachen ETT zulassen. Da wir uns aber einig sind, dass eben ab diesem Set das Ganze nicht mehr dazugehört, ist ganz klar, auch dieses Argument widerlegt, Universum gehört unter keinen Umständen dazu. Egal, ob du es auf Locals spielen konntest oder nicht. Weil wenn wir eben ihn aktuell dazupacken würden, dann würde Cyberdrachen dazugehören und das wollen wir alle nicht, weil dann ist alles eben komplett anders. Bedeutet also, gehört Universum wirklich zum GOAT-Format dazu, ist ganz klar mit Nein zu beantworten. Sie gehört auf keinen Fall eben zum GOAT-Format dazu, ganz egal, wie man das Ganze betrachtet, eben aufgrund der Regelung, die damals existiert haben. Ja, und das ist eben die Antwort. Ich gebe es zu, es ist sehr verwirrend und es hätte wirklich sein können, das Universum zum GOAT-Format gehört, eben wenn ein Groß-Event hätte stattgefunden. Jedoch hat das Ganze nicht und deswegen gehört er eben offiziell nicht dazu. Ist eben viel Hätte, 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 Fahrradkette und genau deswegen ist Universum unter keinen Umständen, egal wie man es betrachtet, eben nicht im GOAT-Format dabei. Ja, damit ist das große Rätsel gelöst und ich muss zugeben, ich wusste das Ganze selber auch nicht. Ich habe das einfach immer hingenommen, wenn jemand sagte, gehört dazu oder nicht. Wie gesagt, ich wusste es selber nicht. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall auch, ich auch. Ich denke, hier konnte jeder etwas lernen. Nochmal ein Riesen-Dank an Daniel, der mir geholfen hat, die Informationen zu sammeln, denn ich muss zugeben, das Ganze ist ziemlich schwierig. Man muss sehr viel in der Vergangenheit fühlen, sehr gucken, wie waren die Regelungen, wann kamen was raus, Daten, etc. waren sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall danke jedenfalls an Daniel, dass er mir eben geholfen hat. Und ich denke, solche Videos sind eigentlich sehr interessant. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr es interessant findet, denn vielleicht habe ich hier noch die ein oder andere Information, die man ebenfalls in einem Video packen kann. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren.